Ich kam... Ha, 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 ha! Waa! Brösel, pass doch auf, da liegt Oli, der versucht zu schlafen. Oh, Zolligung, Oli. Ach, Mensch, Brösel. Was hast denn du so eine Eile? Ha, ha, ha. Aschi? Ah, nee, heute ist Silvester. Schon? Silvester! 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 Ja, Sohn, und nächstes Jahr 2021. Gott, oh Gott, oh Gott, wo ist jetzt 2020 hin? Das ging alles so schnell. Das ist weggelaufen. Das ist richtig weggerannt. So. Oh, röse, nicht schon wieder. Oh, Entschuldigung, Olli. Ja, zum Glück schläft er so tief und fest. Und zwar, weil er hört, dass er besser ist, hat der Olli sich gedacht, er schläft einfach ein bisschen vor. Wieder zurück. Na, uh. So wieder. Oh Gott, zum Glück hat er so tiefen Schlaf. Ja, zum Glück. Wie geht's denn, Tante Bründine? Der geht super. Ja, die fiebert auch so ein ganz heftig. Sie fiebert? Ist sie krank? Nein, nein, nein. Sie fiebert auf etwas hin. Sie freut sich. Ja, ich freue mich auch. Brüssel, brüssel, brüssel. Because baby, you're a firework. Nee, ich mag das auch. Weißt du, weißt du, was ich unten bei uns im Keller gefunden habe? Tüten. Tüten. Und auf denen standen Uhrzeiten drauf. Na, hoffentlich keine Kottüten. Das ist ja voll ekelig. Nein, nein, nein. So Brottüten. Brottüten. Wo man eigentlich Brot drin hat. Lecker Brot. Aber das ist gar kein Brot drin. Ich habe mal geschüttelt, das hat sich nicht nach Brot angefühlt. Und ich glaube, die sind für jede Uhrzeit, da steht immer so Uhrzeit drauf. Mal so 18 Uhr, dann 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr, 25 Uhr, 26 Uhr, 27 Uhr. Nee, geht nur bis 0 Uhr. Aber, wenn du jetzt mal die Uhr guckst, es ist schon 18 Uhr. Wir können die erste Tüte auch machen. Ja! Ich gehe die mal schnell holen. Ja, 18 Uhr. Wow. Hör mir die mal auf. Oh, ich muss verschütteln. Ja, kein Brot drin. Nee. Ziteln, 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 ziteln. Oh, 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 oh. Lippe. Guck mal, Bräse. Das sind Luftballons. Luftablonons. Richtige Luftablonons. Ich nehme den da. Pierre. Ja, das ist gut. Sorry, Holly. Oh, er schläft ja immer noch. Ich glaube, er war mal sieben Schläfer. Wieder mal daneben. Ja, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, wie süß. Wir haben neue Freunde. Meine heißt... Geronimo. Geronimo. Tschüss, Geronimo. Ja, vielleicht hat er noch andere Termine. Ich glaube, den Namen mochte er auch nicht so. Das ist ganz klar. Dragomir. Dragomir. Ja, ich finde, er sieht aus wie Dracula. Ja, er mag den Namen auch. Ja, er bleibt doch da. Alles gut, Geronimo? Ich glaube, so. Du, Bräse. Achso, was? Ihr habt das mit den Luftballons aufbewussten und einmal hat jetzt vor allein gedauert. Es ist schon eins vor zwölf. Dann mal los. Wir haben nur noch ein paar Sekunden bis Mitternacht. Müssen wir noch irgendwas vorbereiten? Du bist hier der Vorbereiter. Hier, ja. Ich hätte mir eine Liste machen sollen. Eine Liste. Ich hätte eine Liste machen sollen. Pro und contra. Eine richtige Pro und contra Liste. Oder so. To do Liste. Ich weiß, dass wir to do'n müssen. Was denn? Wir müssen die zwölf Uhr Countdown-Tüte to do'n. Ich hole die mal. Mhm. Wenn sei es bald. Wie ist die Uhrzeit? Wie ist die Uhrzeit? 15 Sekunden vor zwölf. Okay. Oh. Ja toll. Sollen wir jetzt aufs Klo gehen oder was? Hm. Weiß ich auch nicht. Hui. Können Sie zuwerfen? Hopp. Hopp. Hui. Und jetzt wirklich? Ich glaub. Ich glaub, ich hab noch was gesehen. Wir können Feuerwerk machen. Let's go! Feuerwerk! 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 Tchuuu! Huap! Wie schnell das wieder ging. Ja. Ich zeig dir jetzt mal, wie man das macht. Aber wir haben nur noch 15 Sekunden. Okay. 1, 2, 3, 4. Du musst nicht zählen. Ist schon okay. Wow. Oh. Klapp's, klapp's. Oh. Ich höre fest. Wow! Schnapp dir auch eine. Und los geht's. Wow, Pierre. Ich lief. Und dann kannst du auch so drehen. Hui. Das sieht voll echt aus. Oh, ein Feuerwerk. Und fei. Oh. Wie toll. Farben. Farben. Das ist ein richtig schöner Regenbogen. Das spür ich. Wow. Also wenn das nicht mal aussieht wie der echte Himmel, weiß ich auch nicht heute haben. Wow. 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 Ich hab... Oh. Ich hab grad größer waren. Hat doch nur Spaß. Man, Pierre. Doch. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab so ein paar Silvesterknaller auf. Oh, wenn wir uns wieder gehen und gucken. Ja. Los geht's. Wow. Toll. Baby, you're a firework. Come and let your car. Let's burn. Da, 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 da. Day, day, day. Oh, Pierre. Ist so schön. Oh, bräuchern. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Und Oli ist auch noch gewonnen. Ja, bei dem ganzen Lärm. Kein Wunder. Wir müssen anstoßen. Ja. Hast du irgendwas? Oh, oh. Hydrium. Ja. Anstoßen. Anstoßen. Äh. Ah. Ach, das war eine super Idee, Brille. Ja. Ich fühl schon 2021. Das wird unser Jahr. Unser Jahr. Ja. Unser Jahr. Ha. Ha. Oh. Äh. Wie kann das nicht mal leise sein, das Feuerwerk? Ich will jetzt... Ich will jetzt... Es ist schon fünf nach zwölf. Mit Böller hat den da noch... Ich finde, das sind die mit den richtig großen Raketen. Und Türen. Käng, das sind die Giraten. Giraten? Mhm. Die so peng, peng, boom. Ja. Ja, dann könnt ihr ja ruhig sein. Wir raten. Seid bitte ruhig. Seid bitte ruhig. Wir haben versucht, um zu schlafen. Hier, hier, hier. Oha. Wow. Hm, das hat doch besser geklappt, als ich gelacht habe. Oh, perfekt. Uh. Jetzt können wir auch schlafen. Ja. Frohes neues Jahr. Ja. Mann, war das aufregend. Und auch frohes neues Jahr vom Treffpunkt Urlauber Seelsorge. Machst du mich nach, Brösel? Nee. Wieso? Ach, bitte, Brösel doch niemals. Und frohes neues Jahr von mir. Und von mir. Und von mir. Und von Olli. Tschüss. Ach, läuft schon? Ja, läuft. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.